Wir haben hier die Zauberflöte gemacht. Die Zauberflöte ist ein Stück, was mich wie viele andere wahrscheinlich auch seit meiner Kindheit begleitet. Ich habe das sehr oft gesehen und es ist ein Stoff, der eine große Faszination auf mich ausübt. Und in der näheren Beschäftigung jetzt damit war es sehr interessant nochmal zu merken, welches Bild man eigentlich von der Zauberflöte im Kopf hat und wie stark das doch abweicht von dem, was eigentlich die Handlung ist. Oder wie oft doch die Handlung der Zauberflöte von überraschenden oder irritierenden Momenten gekennzeichnet ist. Bist du ein Narr, ließest du die Schreckung von diesem Schwarzgaus? Ermangel dich! Ich habe diese Arbeit gemeinsam gemacht mit einem Bühnenbildner und Kostümbildner Toto. Jemand, mit dem ich sehr lange arbeite und der auch diesem Theater hier schon sehr verbunden ist. Das ist ein Raumkünstler und ein Verwandlungskünstler. Ein Mädchen, Mutter, wach, in der Fünftschland hat, wie du siehst. Du, so ein sanftes Reugen, der sich hat, und der sich hat, wie du siehst. Du, so ein sanftes Reugen, der sich hat, wie du siehst. Du, so ein sanftes Reugen, der sich hat, wie du siehst. Du, so ein sanftes Reugen, der sich hat, wie du siehst. Untertitelung des ZDF, 2020